Oh, wie süß! Oh, oh! Wir haben ihn getötet. Was ist das für Viecher? Was ist das für Viecher drin? Oh, cool, der schläft. Guck durch ihn an. Jetzt gleich nicht. Ha, wie schläft's das denn? Bam, und kaputt. Was hat er so dabei? Aha, okay. Wo können wir denn alles schön verkaufen? So, erst mal, wo müssen wir hin? Wir müssen... Nein. Was er denn? Ähm... Ah, okay, da unten. Da, da... Hallo. Bitte seid leise. Sie trainiert. Hallo. Ähm... Die nächste Runde geht auf mich. Was verkauft ihr? Puh, so. Ähm... Wir verkaufen jetzt erst mal das da. Oder wie... Aha, okay. Das brauche ich auch nicht. Schüler... Kordel... Kann man auch gleich verkaufen. Genauso wie das hier. Und das verkaufen wir auch gleich. So, mehr haben wir ja nicht erst mal. Möge die Jade-Schlange euch leiten. Seid gegrüßt. Der vermisste Gegenstand von... Oh, ist das... Der vermisste Fahrer. Machen wir die Quest. Ähm... Der vermisste Fahrer. Mein Fahrer ist den Waldgeistern nachgerannt, kurz nachdem sie uns angegriffen hatten. Ich glaube nicht, dass sie ihm ernsthaft etwas zu leide tun werden. Aber ich brauche ihn hier, damit er mir dabei helfen kann, dieses Durcheinander beim Karren in Ordnung zu bringen. Er hat sie in Richtung der Klippen im Norden-Gier. Wenn ihr euch dahin aufmacht, solltet ihr ihn recht schnell finden. Quest-Ziel ist, rettet den Karren-Fahrer und die Erfahrung 250, Belohnung 50. Und, ähm, es gibt einen Umhang der Mitfühlenden und einen Händler-Ranzen. Ach, okay. Das nehmen wir. So. Keine Eile. So. Ähm... Ja. Ups. Ähm... Wow. Okay, ähm, ich würde aber mal sagen, dass wir ein bisschen jetzt kurz kämpfen. Damit wir mal grad Level 2 werden. Oder wenn ich soweit hier richtig beurteilen kann, dass das hier unten... Ähm... Okay, durch das... Die Erfahrung wird ein Level aufsteigen. Gehe ich jetzt mal davon schwer aus, dass es so sein wird. Und ja, dann töten wir mal ein paar Viecher hier. Oh! 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 I bless you! Ich habe ... Oh! 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 Ja, wir nehmen jetzt mal alles mit und dann können wir das nämlich gut verkaufen. Da gibt es halt Money. So, und ich töte mal jetzt noch gerade mal einen. So, nach dem hier sollte ich eigentlich in den Level aufsteigen. Ach, wir sind schon Stufe 3. Interessant, interessant. So, jetzt... Ich würde... Ich habe echt nichts, ne? Aber... Ich weiß zur Hölle nicht, wie ich das hier unten verschieben kann. Weiß es einmal? Nee. Reit und haust hier. Auf 20 Stufe könnt ihr von einem Reit und das Reiten. Ach, okay, ab Stufe 20, das ist schade, schade eigentlich. Naja, wir werden erstmal gucken. Ich will das hier... Sag mal... Man muss das doch irgendwie... Sag mal, wie zur Hölle geht das? So, wir gucken uns mal das Interface an, weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Aktionsleiste hier. Leiste, wir sehen, Freischaltung, Shift-Taste. Äh, die Schiff ist das hier, weil ich weiß. Oder? Hey, sag mal, dass ich nicht weiß, dass es eine Shift-Taste ist. Leute. Freischaltungstaste. Was ist das? Dann machen wir jetzt daraus ein Alt. Das finde ich viel besser. So. Ich drücke hier jetzt Alt. Ich brauche ein Ziel. Ah, okay. Das kannst du nochmal jetzt erstmal so. Ah, so, okay, jetzt haben wir uns auf Alt gelegt. Gut. Dann haben wir es ja schon mal für die Institution. Und jetzt würde ich jetzt mal sagen... Wow. Ich würde jetzt gerne mal gucken auf diese... Achso, warte mal. Hey. Der. Okay. Dann haben wir es ja schon mitgenommen. So. Ähm, ich würde mich jetzt gerne noch ganz schnell Level 4 machen. Ah, okay, jetzt wissen wir, was dieser Tag was ist. So, weil, wenn wir dahinter gehen, weil ich schon, dass wir, wenn wir in Level 4 sind, ein bisschen stärker sind. Und nicht, dass ich das für sich auch besser fände, ganz ehrlich. Du, du musst schwerer werden. Stirb. Aber dann können wir das auch verkaufen. Dann können wir uns gleich mal anfangen, ein bisschen was leisten. Oder irgendwas mal kaufen. Ich habe nämlich keine Ahnung von diesem Spur. Ich kann das noch nicht tun. Gleich mal den auch kaputt machen. Ich habe kein Ziel. Gut, dann nehmen wir den auch gleich. Oh, ich rechne zwei. Was hat er hier? Dasselbe natürlich. Hey. Oh. Ähm. Suchen wir unser nächstes Ziel. Da ist eins. Das ist zu weit entfernt. Machen wir uns gleich das nächste. Also, ich mache mir jetzt noch schnell Level 4 und dann gehen wir weiter. Oder zumindest so die Hälfte. Ich freue mich an der Erfahrung. Den nächsten. Noch nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Ähm. Ich kann das nicht angreifen. Geh doch, kaputt. Dann ist der auch schon mal tot. Ähm, dann nehmen wir uns noch die zwei hier vor. So, so. Dann der Nächste. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich zoome ein bisschen näher. Oh, wie das nicht aussieht. Oh, oh, oh. Da kämpft man mal ein bisschen in der Ego-Perspektive. Man hört, wisst nicht, ob... Wie kann der was sehen mit dem Ding auf dem Kopf? Und musst du eher auf etwas anvisieren. Wo ist denn der Nächste? Da ist er. Der ist jetzt aber echt schnell kaputt gegangen. Ähm, mal ein bisschen rauszoomen. Das nervt doch ein bisschen. Ähm. Ja, machen wir noch ein paar. Hier, kaputt. Machen wir den Wolf noch kaputt. Die anderen zwei hier. Und dann brechen wir auf. Oh, eine Hasenpfote. Ich glaube, die waren so... Oh, 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 oh. Die nehmen wir uns. Oh, oh, oh. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Jetzt auch. Oh, 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 oh. Das ist so. Dann den Ohr. Oh, oh. Noch nicht bereit. Aber ganz ehrlich, ich würde doch noch Level 1 höher machen. Den da. Sorry. Ich habe kein Ziel. Dann holen wir jetzt noch irgendwelchen Viecher. Da holen wir jetzt noch die da. Das ist zu weit entfernt. Da haben wir jetzt noch die da. Und den nächsten. So. Erstmal hier. Du wirst dich rumschleichen. Vergiss es. Und du musst den nicht. Und du. Halt. Der Saka mal lebt der noch. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Cool. Die Video beleben sich. Diese Tätigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Diese Tätigkeit ist noch nicht bereit. Und der nächste. Obwohl Steffen sich jetzt noch behält, wie viele es sind. Ich bin außer Reichweite. Und der nächste gleich töten. Jetzt stehen hier alle. Das ist echt praktisch. hü中. Die Reise. Und der nächste Mal haben wir jetzt alles. Jürgen honrock. Ja. Sonnenberg aufsteigen und ein bisschen um ja damit die später verkaufen können nur für unsere Händlertasche und so haben dann haben wir schon etwas Geld was wir sicherlich schon brauchen hier unten ist Fragezeichen achso das war der Typ, ok ich soll das zurückkehren ok wird getan der vermisste Gegenstände Mögen euch die Nebel beschützen berichtet mir von euren Reisen hab ich die Quest jetzt schon fertig gemacht keine Reisen ach, ok ja wir werden jetzt erst unsere Sachen verkaufen das da das da das da und das da so und wie können wir jetzt das verkaufen? ich glaub einfach schließen, oder? die nächste Runde geht auf mich hallo oder? ach, ok das ist der Händlerranzen verstehe ok ja ne packen wir das alles zurück hier so und jetzt haben wir schon 5 Gold ne 5 Silber ist sowas schönes so, ok danke mögen euch die Nebel äh, mal gucken was wir jetzt zum Marken bringen können wir haben jetzt einen Umhang hui ein Umhang yay so, ok und was sollen wir jetzt machen? ähm 0 von 6 gestohlene Übungsmaterialien kriegst die her? kriegst die hier her? oder was? achso, ich glaub die gelben Viecher sollen wir töten achso achso mal gucken was was wohnen da achso achso in die Kisten kann man hier reingucken das wusste ich gar nicht hätte mir auch jemand sagen können ist hier nix drin anscheinend sind nur wirklich äh, ich war Sachen drin, die hier 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 zu